Unser Kamerasystem mit integrierter künstlicher Intelligenz sorgt für mehr Sicherheit für jeden Zugreisenden. Rayleigh 3D ist ein kamerabasierter Stereo-Sensor, der mittels künstlicher Intelligenz Personen am Bahnsteig und vor allem auch in den Gefahrenzonen zwischen Schienenfahrzeug und Bahnsteigkante erkennen kann und damit den Lokführer unterstützt. Zusammen mit unseren Projektpartnern ÖBB und AIT hat ICE im Rahmen dieses Projekts ein System entwickelt, das einerseits die Sicherheit im Warenbereich erhöht und andererseits die Effizienz steigert. Wir nützen Kameramodule, um ein Gesamtlagebild rund um das Schienenfahrzeug zu erzeugen. und die Algorithmik des AIT, um den Abfertigungsprozess weiter automatisieren zu können. Das Innovative an dem Sensorsystem ist, dass es universell einsetzbar ist. Das heißt, man kann es sowohl für Neufahrzeuge als auch für Nachrüstprojekte einsetzen und es lässt sich flexibel in jede Art von Fahrzeug integrieren. Das macht es für den internationalen Bahnsektor so interessant. Wir versuchen in unserem Unternehmen gezielt Frauen zu fördern und zu motivieren, in die Technik zu kommen, weil sie Innovation fördern und ein Out-of-the-Box-Denken in die Teams bringen, was wieder die Gesamtdynamik erhöht. Die Anforderungen an die Mobilität und die Sicherheit im Bahnbereich steigen kontinuierlich und da leistet das Relay 3D einen wesentlichen Beitrag zur Mobilität der Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.